Ihr wollt wissen, wie ihr in Star Stable 4 normalerweise für Star Coins zu bekommende Haustiere völlig for free bekommt? Das ist super einfach, denn mit diesem neuen Runentafelsystem, mit diesem neuen Talentsystem, was ihr jetzt in Valedale habt, damit habt ihr die Möglichkeit, 4 Haustiere, die es bisher für richtig viel Star Coins zu kaufen gab, völlig umsonst zu bekommen. Denn hier habt ihr diese Sachen, nämlich die Runensteinkaninchen und bei dem Pfad des Frohmuts, die Frohmuttiere, die habt ihr nämlich die Möglichkeit hier zu bekommen. Ihr schaltet das einmal für lichtfrei und dann könnt ihr die Haustiere einfach euch für Licht kaufen. Und Licht ist super einfach und schnell zu bekommen. Und um welche Haustiere handelt es sich eigentlich hier? Das gibt zwei Arten von Haustieren. Einerseits ist das nämlich hier Trüffelchen und dann noch der andere Fuchs dazu. Diese beiden Füchse sind das und es sind diese beiden Kaninchen. Diese vier Haustiere bekommt ihr nach dem Patch von der nächsten Woche völlig for free. Und mit for free meine ich einfach nur ein bisschen Licht sammeln und schon könnt ihr euch diese Haustiere einfach abholen, ohne einen einzigen Star Coin zu bezahlen. Und das ist doch eigentlich eine mega krasse Sache. Natürlich schade für die Leute, die sich diese Sachen dann gekauft hatten für Star Coins. Da ist es definitiv verständlich, dass das natürlich eine schade Aktion ist für die Leute. Aber ich bin gespannt, wie ihr das findet, dass sie jetzt diese vier Haustiere, die es dafür bis zu 400 Star Coins gekostet haben, jetzt dann einfach nur für ein wenig Licht gibt. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.